Musik 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 Wir treten den Spaß Leute. 10. Dezember. 10. Türchen Ja, ich weiß schon ungefähr was das ist. Ich auch. Aber... Wir sagen mal nichts. Ich kann euch ja mal ganz färsch überraschen lassen. Schina Bernadé von Leslie Ja. Das ist doch nochmal eine Abwechslung in meinem Kalender. Ja, vor allem sowas habe ich auch nicht so oft, ne. Diese Leslie Bernadé. Ich glaube ich habe davon mal einen Schinken gekauft. Ich weiß nicht, wer es dieses Jahr war. Ich meine schon. Ja, letztes Jahr habe ich auch einen Schinken gekauft. Letztes Jahr meine ich ja. Die Zündchen hat leicht geklackt. Wow. Dies explodiert schon, ne. Das war schon gar nicht so schlecht. Hier haben wir noch einen von. Und noch zwei weitere. Boah. Boah. Sehr, sehr schön. Und die letzte. Jawohl. Die waren mal wieder mega gut. Können auf jeden Fall mithalten bei vielen großkalibrigen Böllern. Das habe ich gerade für einen Satz rausgehauen. Na ja Leute. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und. Untertitelung des ZDF, 2020